Die Germanische Mythologie Die Helden sind nicht deswegen Helden, weil sie so mutig und so toll und so gewaltig sind. Nein, sie sind Menschen wie du und ich, die einfach in Situationen geraten, die schwierig zu bewältigen sind und durch die sie einfach durchmüssen. In gewisser Weise kann man sich dadurch auch mehr mit diversen Charakteren identifizieren. Zudem kommt der Humor. Selten zu kurz. Der Humor ist eigentlich eine der bestechenden Eigenschaften von diesen Büchern von Tommy Krabbeis. Oft musste ich während der Lektüre schallend lachen und das schätze ich sehr an dieser Reihe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 P правдаチ Abdullah